So, herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play und Plan Projekt und zwar wenn wir Gothic einspielen Ich habe mir letztens bei Steam die ganzen Gothic-Reihe gekauft und ja, ich habe Lust das mit euch zusammen zum Let's Play beziehungsweise ich Let's Play und ihr guckt zu und dass man allererstes Let's Play also falls ich mich mal verspreche oder so, dann hoffe ich, dass mir den einen oder anderen Fehler verzeiht Auf jeden Fall, ich starte jetzt das Spiel Es ist ein sehr, sehr altes Spiel aber jetzt... Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Handkönig Obas des Zweiten In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen bis auf einen Feuer! 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 Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen. Aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robas des Zweiten, Träger des Zepters von Varand, Vereiniger der Vierreiche am Myrta... Halt! Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Er spart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Mach, dass ihr wegkommt. Steh auf. Was ein Drecksinn. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Die werden dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Warum hast du mir geholfen? Ich habe einen Brief für den... Ja. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulet und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird für eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Das war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sicherer Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Okay, das mit dem Feuermal... Danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Die Welt der Verurteilten, Kapitel 1. Okay. Das mit dem Brief haben wir ihnen noch nicht erzählt, weil es ihnen einfach noch nichts angeht. Okay, ich will jetzt erstmal hier cutten, weil ich noch die Steuerung hier umwenden muss. Und wir sehen uns dann gleich wieder.